Da kannst du dich echt... Von hier komm ich doch gar lange hinsetzen. Ich hab am Wochenende komplett den ganzen Tester bei uns auch erstmal drüben gemacht. Damit nicht jeder irgendwie... ...machen kann. Kann aber sein, dass ich jetzt... ...einmal alle raus und wieder reinziehen muss, damit sich das ändert, oder? Ja, das kann sein, dass beim nächsten Connecten erst aktiv ist. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt immer noch so. Alles gut. Konzentriert beim Rückwärtsfahren. Geht hier erstmal T-Speed los, ey. Sind wir noch nicht, oder was? Halleluja, ist das ein Kampf da drüben. Was ist denn los? Yoshi war wieder da, Tobi. Was ist denn los? Yoshi war da. Ach so. Also das ganze Geld haben wir jetzt nicht erstattet bekommen. Weil ihr noch auf dem Weg beim ATM überfallen werden könntet. Nein. Weil die Logs das nicht mehr gespeichert haben. Weil die Logs das nicht mehr gespeichert haben. Weil die haben 56 die Übergabe gemacht. Und bis 54 haben die gespeichert. Und bis 54 hat er gezählt. Okay. Ähm. Ja Tobi, du hast denn heute so schön markiert, hab ich das auch mal gemacht. Ach so, ja, ja. Wo ist denn grad jemand gemooft worden hier? Wie wir waren das hier? Ach so. Ich hab uns alle gemooft, aber es hat nicht das funktioniert, was ich haben wollte. So, warte mal. Ich muss mal ganz kurz im, äh. Mal sehen, die zwei auch schon. Ich muss mal kurz hier zum Automaten. Kawala war das, ne? Hör mal, wir lassen du alles da hinten drin sitzen. Also ich bin Kawala. So, einige von uns. Ach, ihr seidet noch. Asbestos, äh. So, wir möchten jetzt das Piraten-Reu ausprobieren. Ich, ich, ich. Ja, Andi kriegt eins und... Ich, warte, ich komm, ich komm, ich komm, warte, warte, warte. Ich auch. Ich komm. Ich bin doch schon ein Kawala. Ich komm. Zeig ihr sie weg. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Äh, in einer Garage kurz. Ja ne, ich bin schon hier auf dem Marktplatz. Hallo? Komm hier. Gib mir Bier. Ich fahr erstmal hier in Andi um. Ey, das... Gib mir ein Bier. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich bin's letztendlich. Der Rüdiger hat da was. Gib mir ein Bier. Kommt mal her. Ich park jetzt erstmal wieder mein Auto so geil, nur um den Kopf zu trocken. Obwohl, Walmer, steig mal aus. Ich nehm auch eins. Oh, ey, Leute. Habt ihr was gegen meine Beerdigung? Nö. Okay. Ich will auch eins. Ich will auch eins. Ich will auch eins. Wer steht denn hier noch? Wer steht denn hier noch? Ach, der Marcel. Ich warte darauf, dass ich das Piratenbräu verteilen kann. Aber die Töne haben hier am Marktplatz. Ja, komm doch einfach zum Marktplatz, man. Da sind doch alle. Ja, Leute, was darf ich tun, dass sie es bekommen? Das ist teuer, das Zeug. Das weißt du. Oh, Marcel. Schau auf. Einsteigen, Truppentransport fährt ab. Hör auf, die Mimi zu spielen. Wer weiß, dass ich das gerne mache. Ja. Bringt mich nicht in Versuchung. Ja, bringt mich nicht in Versuchung. So, also ich habe jetzt... Warte mal bitte kurz. Ich gebe jetzt einen auf... Andi kriegt auf jeden Fall eins. Wer kriegt denn das andere? Mir fehlt immer noch das Geld. Wie klar hat er das jetzt gemacht? Ach, ne. Und so? Ist drauf. 900.000. So. Ähm. Da. Da habe ich mich vorgestellt. Bei neuer Hunter. So. Äh. Andi noch nicht benutzen, bitte. Ich will auch noch eins. Ich weiß, ich habe es benutzt. Ich will gerade... Ich will gerade... Erstmal alle kreisstellen. Rauslassen. Wolltest du mir das nicht geben? Ja, komm her. Komm mal her. Ich habe mich dran. Da gibt es nicht geboren jetzt hier. Ja. Ja, das sieht aus wie ein Karate Krieger. Boah, das ist laut. Das wurde so cool. Boah, Alter. Ich muss das leiser drehen. Dankeschön. 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 Hast du Ohrstöpsel drin? Wir wollen mehr davon sehen. Wir wollen mehr davon sehen. Hier, haust dir rein. Wo ist denn hier der Kurare? Hier, ich auch. Der ist gerade... Ich habe gar nichts mehr. Der muss gerade etwas anderes einlegen. Alter, ist das Sven. Das ist ja mal ein geiles Gimic. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ist das Open Doors oder was? Ah ja, das ist Open Doors. Ist nur Open Doors. Lass die Türen sich öffnen. Das ist normal bei Wanda. Alter, Alter. Ich habe keins gekriegt. Pass auf dem Server schon. Sorry. Wie lange hält das jetzt mit den Farben an? Ein paar Minuten. Wollt ihr wissen, wie ihr das bekommt? Ne. Ja, Piratenbräu, ne? Aber wie war das? Ja, aber wir müssen das ja auch farben sein. Wir müssen ja wissen, wie man das herstellt. Ja, mit Rum und so ein Kram, ne? Irgendwie war das noch. Und dann Piraten... Muss man das noch für Piraten in Silberchen und so? Piraten... Folgendes. Ihr farmt Getreide und Zuckerrohr. Damit fahrt ihr dann zum Schnapsbrenner, stellt da Whisky und Rum her. Fahrt dann ganz westlich bei DP25 zum Piratenbrauerei. Da stellt ihr das her und verkaufen tut ihr das beim Piratenhändler. Ist in der Mitte der Karte. Und dann kriegst du das hier was? Der ist aber zu zart, heiß begehrt. Der Piratenhändler ist da auf dieser kleinen Insel da. Ja, genau. Piratenhändler. Bringt was? Wie viel Geld? 21.000 pro... Da kommt ein Kartangel rum. Alter, wie geil ist das denn? Der Jeep hat... Aber du musst erst mal locker 5 Millionen haben, damit du die Lizenzen kaufen kannst. Aber es bringt am Ende mehr mehr, ne? Also wenn du mehr Leute hast, bringst du ja auch was. Ich heiße dieses Kartfahrer, ganz ehrlich. Komm, wir halten den an. Der macht dir den anderen kaputt, pass auf. Aua. Der Kartfahrer. Alle rein, alle rein. Komm, Andi, rein. Hallo, ich bin drinnen. Hier war die rein. Ruhig hier rein. Fahr mich mal zur Garage, bitte. Sehe ich so aus wie ein Neger? Ja. Ja. Ich bin nicht mehr dein Leibeigener, ne? Andi. Bitte? Bin nicht mehr dein Leibeigener. Einen Platz hab ich noch. Bist du. Fahr mich zur Garage. Aber mit Z? Kennen die Jungs, oder? Jaja, hab ich ihnen schon gesagt. Och, da macht jemand Aquarien, Marcel. Da könnt ihr alles nachlesen, wie ihr wo was fahrt. Achso, ja. Weil hier zwei Hamlets am Strand stehen. Und wir wissen ja, wer im Aquarium war. Wollt ihr das Kart jagen? Das ist hier am Markt wieder. Ja, das ist hinter uns. Könnt ihn abballern. Ich wollte gerade sagen, fahrt falsch rum. Da ist er noch. Ich will zur Garage, Alter. Jetzt bin ich erst mal voll drauf gefahren. Pass auf, fahr nicht übers Kart, wenns steht. Das ist uncool. Ich bin erst mal da reingefahren. Nicht nur das. Mit den Karts, mit den Karts. Die Karts sind overpowered. Mit den Karts kannst du eine Hand an die Luft jagen. Nein. Vorausgesetzt, du fährst langsam. Und heizst alle volle Kalle rein. Du musst mit voller Kanüle, mit dem Kart. Lass mich aussteigen. Der ist dahin ausgestiegen. Ich? Das hast du extra gemacht. Warten, bis ein Fahrzeug stehen bleibt. Wer hat das dir nicht in der Grundschule erklärt? Das lernt man doch eigentlich schon in der Grundschule, ne? Ja. Doch, wenn du weg bist. Ich hab halt den Gamertag, ne? Bist du weg? Nee, noch nicht. Asbestos ist gelaufen. Jetzt. Passt schon, passt schon. Ja, ich hatte keinen Platz mehr frei. Will noch wer mit dem Hunter fahren? Da bin ich noch nie mitgefahren. Ich würd mal mitfahren. Hup, gehts nicht an? Ist das ein Kopf hinter dir, Herr Marcel? Ich hab nur Yelp gehört und... Ja. 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 Wenn ich hier mit dem Hunter setze, ist das nicht so geil. Ich werd schnell weg. Ich glaub... Ich glaub... Der hat dem Scheiß auch vor. Oder roll mal nicht rum. Der hat auf jeden Fall nicht mich angegelbt. Der hat mich auch nicht. Der hat mich auch nicht. Ja. Gut, komm mal zurück. Wir sind den Go-Kart-Fahrer. Ähm, ihr wisst schon, dass die lebensmüde seid. Wo ist das denn? Beruhig dich. Ich hab nur noch 45% Leben. Ich glaub, je weiter das runter geht, desto schneller ist das auch. Aber... Wir können ja gleich nie ein Medipack kaufen und... Kriegen wir das schon hin. Im Ernst? Euer fucking, fucking Ernst? Hast du schon wieder nen Busch erwischt? Einen scheiß Straßenschild und ich hab keinen... Hab ich noch eins? Nein, natürlich nicht. Ach ja. Ähm, Doc? Hm? Ich glaube, morgen... Hm? Treffen wir uns ein bisschen früher. Wenn der Server noch so ziemlich leer ist... Ja? Dann machen wir ein paar Fuhren Heroin. Können wir machen, ja. Aber da holen wir uns vorher, was weiß ich, so einen kleinen Truckbox. Okay. Und den ballern wir voll. Oder mit beiden Jeeps wieder. Ja. Kommt drauf an wie ich früh und dann bin ich mit dabei. Sag mal, habt ihr eigentlich ne WhatsApp-Gruppe? Ne, ich kann aber gerne eine machen. Ja, machen wir bitte. Das wär mal cool. Das wär mal cool. Musst du mir mal deine Handynummer geben, Doc? Kein Ding, mach ich gleich. Alles gut. Alles gut. Oh, es sind nur noch drei Cops drauf. Und der Heinz Ellmann, das ist der von gestern. Hebe ich ja Brief und Siegel drauf, warte, dass das ein Admin ist. Der Jeep hört sich an, als wenn jeden Moment der Motor explodiert. Naja, ich muss auch mal aus und wieder an und die Sandblende bin ich so extrem, ey. Oh, ich habe alles im Griff. Läuft. Alter, was wir heute an Repair-Kids verscheuert haben, ne? Ja, ich weiß. Das ist ziemlich cool. Alter. Also wir sparen die Kohle jetzt auf dem Hammett Box, ne? Würde ich sagen, ne? Ja, genau. Was sollte der kommen? Äh, 450. Ne, äh, 4,5 Millionen. Okay, warte. Du sagst Bescheid, dann haue ich da rein, ne? Was aus da rein? Das Salz. Also kann ich ja schon. Ja. Alles klar. Ähm, wenn wir Glück haben, haben wir sie schon zusammen. Ne, nur nicht ganz. 4,5 Millionen waren das, ne? Ja. Ja. Ja, ja, brauchen wir noch ein bisschen. Hm. Hä? Hä? Ach, das ist doch noch gar nicht verarbeitet. Doch. Was denn? Das Salz ist noch gar nicht verarbeitet. Warte mal, ich guck mal hin. Das ist noch unverarbeitetes Salz. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Doch. Jetzt, jetzt wundere ich mich auch, jetzt weiß ich auch, warum wir so wenig hatten. Ich habe vorhin alles reingepackt. Ich habe alles reingepackt im Wagen. Ja, und da hast du aber wieder was rausgenommen, oder? Ne. Ja, warum hast du dann eben was reingepackt? Das, was ich hatte, habe ich reingepackt. Ja. Ja, aber das, was du gerade eben reingepackt hast, das ist noch unverarbeitetes Salz. Ne. Das hast du noch im Rucksack. Ja, geschweige denn im Inventar. Ja. Ja, das war vorhin wieder in dem ganzen Stress. Pass auf, ich nehme das. Ja, alles gut. Pass auf. Mach das jetzt anders. Ich nehme das jetzt raus. Äpfel noch raus. So. Ähm. Wolltest du noch weiterfahren? Ne, heute nicht mehr. Heute ist Feierabend. Gut, dann versteckst du das Auto, oder wollen wir das in die Garage bringen? Nö, das verstecken wir, ne? Ja, würde ich sagen, weil bis wir in die Garage kommen, alter... Jo. Dann versteck die Kiste, dann locken wir uns aus. Genau. Deswegen, ich behalte das Zeug lieber in meinem Inventar, dann haben wir das morgen nämlich noch. Ja, genau. Schönen Abend. Versteckst du den Jeep noch? Ja, soll ich machen? Ja, ja. Ich bin mal weg. Bis morgen, ihr Nasen. Jo, bis morgen. Igor? Ja. Schwörst du mir ewige Treue? Nein! Wie kommst du da raus? Ich würd's mir wünschen. Bis morgen. Alles klar. Ich komm so hin, Doc, halt. Du versteckst den Jeep. Und denk dran, ne? Hätte mich bei, äh, abonniere mich bei YouTube, ne? Ja. Die abonnieren? Ja, Moment. Haben wir das? Ja, ich glaub ich muss mal zu, Doc, ich glaub wir müssen mal zu Igor hinfahren, wa? Kommt ruhig vorbei. Ich sag euch, 20 Minuten zu Fuß laufen bis zum nächsten Coffeeshop. Also. Coffeeshop. Ich hab vorgestern beim Fahrradfahren ne Plantage im Wald entdeckt. Also, ich weiß, ich kenn die Koordinaten. Echt? Ja. So, ich weiß nicht, da standen, glaub ich, sechs oder sieben Pflanzen. Boah, schon ziemlich reif, ich war da morgens früh sowieso nicht vorbei. Da hat bestimmt, da hat bestimmt jemand sein Gras weggeschmissen, Alter. Haha. Weil die Bullen kamen. Ja, genau. Das steht da in so ner großen Lichtung. Ich bin da mit dem Fahrrad vorbei, ich denk, na, bist du blind oder was? Ich hab's früher selber immer Welt schafft, als ich noch jung war. Und geguckt, es waren hüblich Richtige, ja. Gucken, wenn morgen früh, wenn die noch da sind. Die sind eigentlich ziemlich groß, die sind schon fast ernterein. Da werde ich mal so einen Strauch mitnehmen.